Die Bürger in Hupendorf-Artmann erleichtert auf, die neue Serie von Brandanschlägen verlagert sich nach Schwing-Hoden-City. Die Steuern sind zu hoch, wir gehen. 16 Prozent. Können zu mir kommen. Oh, ich mach wieder Minus. Ups. Wo sind sie denn alle hin, die Einwohner? Guck mal, jetzt brauche ich noch vier. Die krieg ich hier niemals hin. Und von denen brauche ich drei, brauche ich mindestens sechs Stück. Die könnte ich da hinkriegen. Ach, ein geiler Grund, zu viel Müll. Was? Niedrige Grundstückspreise, ja, verpisst euch. Ich bin wütend wegen dem Müllberg. Halt deinen Maul und geh weg. Was wollt ihr da jetzt hinbauen hier, Freunde? Hier ist nix. Mal ganz gepflegt, könnt ihr euch versemmeln hier. Naja, es gibt zwei verlassene Gebäude in der Stadt, das sieht nicht schön aus. Ich brauche erstmal Strom. Räuber überqueren die Grenze von Achterbahntown, verpisst euch. Ey, warum machst du viel Minus? Ja, weil sich die Leute bei dir in der City nicht mehr wohlfühlen. Überfall in vollem Gange, haut ab hier. Ja, okay, ich baue das erste Haus und du bist voll überfallen, oder was? Eine Flachse? Komm, Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. Kohle, Kohle. Handstiftung in vollem Gange. Ja, Mann. Ey, was wollen die denn, die scheiß Planeten da? Verpisst euch. Normalerweise wäre der jetzt schon dreimal auf dem Auto überfahren worden. Der steht mitten auf dem Highway. Glaube ich nicht. Ey, das kann nicht sein. Kann vor allem nicht sein, dass ich noch Minus mache hier. Dass die da nicht rumfahren. Freunde. Warte. Der Windpark nimmt Formeln an und es sieht gut aus, dass ich gleich mein Stromproblem in den Griff kriege. Deshalb habe ich auch gerade 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 Windräder gebaut zu meiner 16 Felder großen Solaranlage. Vielleicht solltest du auch den Weltmarkt Strom exportieren. Jetzt mache ich wieder 1.000 plus. Hä, 77.000 Einwohner? Achso, die haben wahrscheinlich wieder so einen fetten Hochhausturm gebaut. Die Penner, ey. Ich will auch eine Million Einwohner haben und erst recht will ich jetzt meine Recyclinganlage im Betrieb sehen. Produktion angehalten. Gib mir 100.000, schalala. Bald kann ich doch. Wie lange läuft denn der noch? Achso, geil. Ich zahle die 3.000 ab. Und jetzt kann ich 50.000 aufnehmen, praktisch. Was ist das denn hier? Wer, 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 wer. Sack, zack, zack. So? Krieg jetzt hier noch einen Vierer hin? Ne, natürlich nicht. Sack, zack. so zwei würde ich gerne noch bauen können ja schon so ein kleiner persönlicher traum von mir leider müssen wir die geschäftsstraße abreißen vielen dank für ihr verständnis kann ich da nichts hin bauen das gibt es doch nicht was ist denn das was da was da im weg ist wer wohnt denn da welcher lurch bis durch so er war das jetzt ich hab da zwar eben extra kredit aufgenommen 160.000 brauche ich so kann ich jetzt so ein vierer hier hinbauen kann einer von euch mit 10.000 schenken so und ich mache immer noch minus mit dem strom kann ich diesen dritten kredit aufnehmen wobei ich habe jetzt die steuern angehoben auf elf und zwölf prozent jetzt meckern sie gerade nicht rum sind gerade relativ was machst du da hat vor eine windturbine zu reparieren als wenn die kaputt wäre so okay wir müssen jetzt gucken dass wir irgendwo noch eine hinbauen können ich hätte eine feuerwehr bauen 2,1 produzieren die pro stunde gucken wir mal könnte passen oder oder nur ich bloß meine hausse nicht abreißen ob wir mal gleich zu beikommen ich hab das geld wenn ein krankenhaus kommt wieso kann ich kein wasserkraftwerk bauen ja jetzt fängt der an mit dem müll zu rum zu jammern da fährt der hier außen rum der schmuck ach haben unsere cycling problem ja 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 hab ich auch welche weiter aus der scheiß stadt draußen welche Einwohner hast du ja nie, Bunny? 80 deine stadt kommt mir größer vor als meine das finde ich aber auch dass eure stadt ein größeres die von mir ja von dir, ja eines fremden Penis von der Seite wirkt er immer größer als von oben mhm, okay ach deshalb, dass er sagt der Fred, er hat so einen Längen mhm zu viele Verbrechen na man wo baue ich meine Prozessor Umschlagshandelsmuschie hin ach du baust so ein Ding oder was? ja ja natürlich ich will jetzt damit handeln ja viel Spaß ich will meinen Müll nicht nur haben ich will den auch in da ich hab jetzt Plastik und Legierungskacke mhm und die produzieren jetzt 250 Tonnen Prozessoren und die will ich jetzt Endlager im Handelsdepot-Scheiß verkaufen aber dazu bräuchte ich Platz für ein Handelsdepot und das sieht ziemlich mau aus in meiner Stadt weil hier extrem viele Parks und Tower stehen und überhaupt aber hier vorne mitten im Wohngebiet ich brauch mal ein Feuer äh Feuer ich brauch mal Strom ja ich reiß grad bei mir die schönen hohen Gebäude wieder alle ab Grund zu hohe Steuern ich müsste einfach mal mehr verdienen Freunde so wo ist das letzte verlassene ranzige Drecksgebäude ach wollen sie auch noch ein Krankenhaus schon wieder haben boah jo ich mach ja schon komm jetzt mal der Strom hier kauf ich auch nochmal bei einem bei wen kann ich Strom kaufen von euch ich verpiss dich Jan hm was denn nochmal kann ich Strom kaufen bei dir nein wirklich weiß ich nicht glaub ich kaum ach bei fast okay gut wenn ihr mir nichts noch kaufen wollt das hat nichts mit wollen zu tun mein Strom sieht derzeit so aus ich produziere 293 Megawatt und ich brauche 240 Megawatt 50 kannst du mir verkaufen 53 okay nochmal ich produziere 237 achso ich brauche 241 ja ich hab doch alles verstanden ja 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 und jetzt will der hier mitten in meinem fetten äh Gebiet will der gerade hier mal schön eine Fackelrunde machen hast du schon wieder einen aus Hupendorf zu Besuch ne ne ich baue jetzt eine Universität so wo bauen wir die Uni hin oh ja danke der Spin jetzt habe ich sie gerade bekommen das ist gut damit halte ich jetzt noch die Zeit durch bis meine ersten Prozessoren hoffentlich verkauft werden ja man bekommst du so spät erst krass ich habe schon ordentlich Prozessoren verkauft was sind das da drüben was soll ich auch haben mein Prozessorauto steckt im Stau wird der denn jetzt wieder lang 500 Kisten Prozessoren ja da ist er bing bing ich habe gerade hier einen schlecht bezahlten Job verloren was soll der denn ein Krankenhaus brauche ich habe ich auch gebaut wenn die mir um den Sack ging und was habe ich null Patienten in Behandlung null wartende Patienten verhandelte Verletzungen null pro Tag Wellness Krankenwagen einer Wellness Krankenwagen geil Mangel an Arbeitern ach nö immerhin dieser Müll da es geht doch richtig auf den Sack wieso arbeitet hier kein Schwanz da kriegt ihr Mülldings Bums mach was draus kommst du halt an mit dir Mülldings oh halb fünn boah so wenn ich meine erste Prozessorladung verkauft das gehe ich pennen 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 wie ein Schlaf ach du Kacke ich dachte wir haben jetzt halb zwei oder so was ist denn jetzt hier unterrichtet es sind zwei schnell noch mal neulter ein ach echt ich will Prozessoren verkaufen jetzt macht mal hin ich beobachte nichts anderes ich will nicht sieben tausend die Stunde macht wir haben die denn jetzt mit dem Müll schon wieder um eine Müllhalde von mir weil die mich veräppeln ich habe doch voll viel Recycling Mox im Einsatz es wird mir natürlich leid dass ich jetzt euer schönes Haus was ihr hier gerade aufbaut wieder schön abreißen werde verdammt ich habe auch noch keine Feuerwehr gebaut ich wollte Rottel ne brauche ich doch nicht ab nö nicht gut das Verlegen von Straßen über Gebäude ist nicht möglich dann reißt die Gebäude ab ja machen sie hier einen auf Klugscheiß我kse weg mit dir weg mit dir nein ich habe doch schon eine Feuerwehr ich bin ein voll Drottel das gibt's nicht ja jetzt haben wir keinen strom alter komme ich erst an ich habe keine feuerwehrstation und merke sich doch eine habe ich brauche abwasser kann ich euch abwasser schicken hast du machst du jetzt hier recycling ja aber noch nicht aufreichend macht dass ich auch selber noch ein müllproblem probleme abwasser und polizei problem also abwasser wo ist der voll stressig das spiel solar sonnenstrahlen macht kein plus die sollen prozessoren verkaufen jetzt was wollen sie denn mehr shops haben oder was ja wohl hunderttausend fügen sie im jungen jawohl was für was er für prozessoren eine kiste bitte denn junger sag ich nur kann ich schon mal 10k wiedergeben müssen sie machen kein problem aber noch ein paar gefängnis zellen hier auf den freien mann wie der krieger